Dürr fordert Ampel zu Kurswechsel auf. CDU-Generalsekretär sieht keine Chance für Misstrauensvortum. Und Zahl der Apotheken sinkt weiter. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 4. November. FDP-Fraktionschef Christian Dürr erwartet ein deutliches Zeichen von SPD und Grünen für eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik in der Ampelregierung. Die öffentliche Erwartung wird in den kommenden Tagen sein, dass die Ideen auch aufgegriffen werden. Wir müssen jetzt in der Koalition darüber sprechen, was uns wieder wirtschaftlich nach vorne bringt, sagte Dürr der FAZ. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht keine Chance, die zerstrittene Ampelkoalition mit einem Misstrauensvortum im Bundestag endgültig zu Fall zu bringen und eine neue Regierung zu bilden. Weil es mit diesen Grünen nicht geht in der Migrations- und in der Wirtschaftspolitik, sagte er im Podcast des Nachrichtenmagazins Politico. Ein Misstrauensvortum würde nur Sinn machen, wenn es auch eine realistische Mehrheit gibt, die dafür sorgt, dass wir einen neuen Kurs bekommen in Deutschland. Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat sich auf X am Samstag für Neuwahlen ausgesprochen, die Ampel ist gescheitert. Olaf Scholz sollte unserem Land einen letzten Dienst erweisen und den Weg für Neuwahlen freimachen. Damit das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unseres Staates nicht weiter Schaden nimmt und die demokratische Mitte nicht weiter erodiert. Im Bericht aus Berlin hat sich der Parteivorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, gestern zur Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland und dem Sondierungsergebnis seiner Partei mit dem BSW in Brandenburg geäußert. Es ist doch völlig okay, dass es Menschen gibt, die eine andere Meinung haben. Aber entscheiden tun am Ende wir. Die einflussreiche FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verteidigt die Forderungen ihres Parteichefs Christian Lindner nach einer grundlegenden Neuausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Zu dem Grundsatzpapier Lindners, das auf viel Unmut bei den Ampelpartnern von der SPD und den Grünen stößt, sagte die Europaabgeordnete im RBB, wenn sie in eine Verhandlung eintreten, dann legen sie erstmal Maximalforderungen auf den Tisch. Die Zahl der Apotheken in Deutschland schrumpft weiter. Ende September gab es bundesweit noch 17.187 Apotheken, ergab eine Erhebung der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Seit Jahresbeginn waren es damit 384 weniger. Die Bundesvereinigung forderte die Politik auf, den Rückgang dringend zu stoppen. Die Apothekenzahl geht immer schneller zurück. Das ist dramatisch, aber leider nicht überraschend. Die Politik muss den Apothekenrückgang dringend stoppen, sagt Abda-Präsidentin Gabriele Regina Overwinning. Jede Apotheke, die schließen muss, verschlechtert die Versorgung für tausende Patientinnen und Patienten, weil die Wege zur nächsten Apotheke dann länger werden. Die letzte Generation hat den Brunnen im Hotel Adlon gelb gefärbt und protestiert damit gegen den World LNG Summit and Awards 2024, der im Dezember dort stattfinden soll. Dazu teilten sie unter anderem ein Video auf X. Ebenfalls warfen sie Deutschland vor mit dem Ausbau der Gasinfrastruktur die Weichen in die falsche Richtung zu stellen. Im Jahr 2023 hat die Industrie in Deutschland 3282 Petajoule Energie verbraucht. Das waren 7,8 Prozent weniger als im Jahr 2022, als der Energieverbrauch der Industrie bereits um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken war. Der Rückgang des Energieverbrauchs in der Industrie stand im direkten Zusammenhang mit einer sinkenden Produktion in 2023. Besonders stark betroffen waren die energieintensiven Branchen, in denen die Produktion um 11,2 Prozent zurückging. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Dienstag sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, bei einer Tiefstemperatur von 7 Grad. Am Dienstag ist es den ganzen Tag teils wolkig und teils heiter, bei einer Höchsttemperatur von 11 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.